Herr Müller, schön, dass Sie zurückrufen. Folgendes, ich habe Ihr Angebot geprüft und das können wir so machen. Dann schicke ich den Vertrag noch heute raus. Auf Wiederhören. Geschäfte laufen gut, was? Das ist die Finger von meinen Unterlagen. Okay, okay. Also? Wie Deine Mutter, nicht lang drum herum reden. Was willst Du? Also wie Du weißt, verdiene ich mein Geld damit, Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Und momentan bin ich ein bisschen klappen. Du willst mich doch jetzt nicht ernsthaft fragen, ob ich Dir Geld für Deine Spekulationen leihe. Doch. Es waren sie doch nicht mehr alle. Eigentlich hatte ich mit ein bisschen mehr familiärer Unterstützung gerechnet. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Kommt jetzt die Generalabrechnung mit dem Rabenvater? Damit bin ich schon lange durch. Bisher hatte ich bloß noch keine Gelegenheit, es Dir auch mal ins Gesicht zu sagen. Wo warst Du in all die Jahre, hm? Ich weiß nicht, was für Fall war Du Dich diesmal rumgetrieben hast. Das geht Dich in feuchten Dreck an. Du hast Dich überhaupt nicht verändert. Raus. Hör mal... Raus. Okay. Und danke für... Hör mal... Hör mal... Untertitelung des ZDF, 2020